Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Die neue Ausgabe vom Telestammtisch bringt drei neue Filme oder auch Serien, die wir für euch angesehen haben und die wir euch entweder ans Herz legen oder von der wir eher abraten. Heute schaue ich in die Ausgabe und sehe drei Besprechungen, bei denen ich spontan sagen würde, das sind alles drei welche, wo ich sage, die könnten in die eine oder auch in die andere Richtung gehen. Mit Sicherheit sagen kann ich das nicht, aber dafür folgende Redakteure. Zunächst reden Mo und Pete über Curveball. Wir machen die Wahrheit. Anschließend widmen sich Kenny und Patrick der seriellen Fortsetzung zur Pacific Rim, Pacific Rim The Black, einer Anime-Serie auf Netflix und zum Schluss hat sich Sam den Till geschnappt und ihn zum Film Jesus Shows You The Way To The Highway Fragen gestellt. Drei Besprechungen, von denen ihr euch überraschen lassen könnt und bei denen ihr uns auch gerne Feedback und Kommentare da lassen könnt, ob das etwas für euch ist oder eher nicht. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den Telestammtisch vielleicht auch an eure Freunde und Verwandte weiterempfehlt. Wir sind ein Podcast, bestehend aus dutzenden Filmliebhabern, die das alles hier der Leidenschaft wegen machen und wenn ihr dann noch ein paar Münzen übrig habt, denn auch eine Leidenschaft wie Filme erfordert bei der Podcast-Produktion die ein oder andere finanzielle Ausgabe, dann schaut mal in der Podcast-Beschreibung bei Paypal oder dem Link zu BuyMeACoffee vorbei. Ich bin fertig und los geht's mit den heutigen Besprechungen. Hallo, heute begeben wir uns in die Welt der Agenten und Geheimdienste. An meiner Seite ist Agent Teeb. Hallo, ich bin's, Piet. Und mich nennt man einfach nur die Glatze. Sven, hallo, willkommen beim Telestammtisch. Auf der Suche nach der Wahrheit haben wir uns Curveball angesehen. Curveball ist ein Film aus dem Jahre 2020. Regie führte Johannes Naber. Als Darsteller hätten wir Sebastian Blumberg, Dan Salim und Virginia Kull. Kommen wir erstmal zum Titel, würde ich sagen, Curveball. Weißt du, was ein Curveball ist? Ich kenne den Begriff nur aus dem Baseball. Also ein angeschnittener Ball. Genau, genau. Ja, da hätten wir zumindest mal schon mal den Titel erklärt. Ja, gut. Es bezieht sich auf tatsächlichen Ereignissen, die in dem Film etwas überspitzt dargestellt werden. Aber kommen wir erstmal zum Inhalt und den macht Agent Teeb. Ja, genau. Also erstmal mit Baseball hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Und zwar geht es um Biowaffen. Ein Biowaffenexperte Wolf, der von Sebastian Blumberg gespielt wird, ist davon überzeugt, dass Saddam Hussein im Irak trotz der ganzen Kontrollen, die es da immer wieder gibt, Atomwaffen irgendwie produziert und damit eine Bedrohung auf den Rest der Welt darstellt. So, und jetzt, der war lange Zeit im Irak und ist dann zurückgekommen nach Deutschland. Und in Deutschland wurde ihm von seinem Vorgesetzten beim BND ein irakischer Asylbewerber, der in Deutschland gelandet ist, nämlich Rafid Alwan, vor die Nase gesetzt. Und ihm wird gesagt, ja, der hat damals, also bevor er geflüchtet ist, hat er als Ingenieur Biowaffen hergestellt. Und ja, und dann sieht man im Film die Arbeit des BND, die dem Ganzen nachgehen, dann irgendwann noch die anderen Geheimdienste einschalten und daraus entsteht dann eine unfassbare Geschichte. Es basiert alles auf wahren Ereignissen, in denen man irgendwann nicht mehr weiß, was gelogen ist und was Realität ist und was für gravierende Folgen das dann am Ende auch hat. Nämlich dadurch, durch ein paar Lügen, wird dann ein ganzer Krieg ausgelöst. Hat dich das Thema allgemein interessiert? Weil mich die Geschichte interessiert hat, ich hatte davon mal gehört, aber so mehrere Informationen dazu hatte ich nicht und habe mich nicht so genau damit auseinandergesetzt. Ich wusste von der Story, aber auch nur so ein bisschen oberflächlich, also so die Hauptsachen, dass aufgrund dessen halt dann Deutschland praktisch diese Informationen weitergereicht hat und die dann auch unter anderem zum Ausbruch des Golfkriegs geführt haben. Aber auch richtig mit der Materie hatte ich mich nie befasst. Ich hatte das nicht so arg auf dem Schirm und habe mich da danach auch erst wirklich so ein bisschen mehr eingelesen. Und ich fand es halt auch ganz interessant, weil sich ja Deutschland da immer gern hingestellt hat als, um Gottes Willen, also wir haben da damit nichts zu tun gehabt. Und man dann einfach auch sieht, okay, ganz so einfach ist es dann halt auch nicht. Gut, der Film ist an sich von den Farben, das ist mir direkt auch schon im Trailer aufgefallen, sehr blass. Hat dich das gestört oder fandest du das so, ja, jetzt geht es doch eher von den Farben her Richtung 80er? Also vor allem am Anfang hat es sich so angefühlt, als wäre da so ein wirklicher 80er-Filter drüber, ja, mit diesem blassen Bild, wie du schon sagtest. Aber hinten raus wurde es dann, hatte ich mich so ein bisschen dran gewöhnt und fand die Ausstattung und so hat eigentlich auch in die Zeit ganz gut reingepasst. Die Schauspieler, findest du, haben sie gut gemacht oder? Ja, Schauspieler fand ich wirklich gut. Sebastian Blomberg hat gut gespielt. Dar es da lieben, finde ich sowieso klasse. Also finde ich, das ist ein toller Schauspieler. Ja, die zwei haben das schon echt gut gemacht. Ich hatte einfach nur einen relativ schweren Zugang zu den Schauspielern, gerade einfach von der teilweise auch hölzernen Darstellung, die natürlich auch die Zeit widerspiegelt und natürlich auch so die Aussagen. Aber ich habe da schon leichte Zugangsschwierigkeiten gehabt, das habe ich am meisten gesehen. Sonst, wie kam es dir mit dem Humor klar? Also ich musste mich erst mal daran gewöhnen, dass das wirklich so kein Politik-Drama ist, wie man es aus Deutschland ja öfter kennt, sondern eher eine Politik-Satire. Dass Figuren überzeichnend dargestellt wurden, vor allem die Mitarbeiter des BND, die so überzeichnend sind und darauf aus sind, dass jeder sein eigenes Ding macht und nur auf seine eigene Karriere schaut. Teilweise war es dann doch zu überzeichnend, hat dann nicht mehr funktioniert. Ja, genau so ging das auch. Also ich fand den Humor gut. Ich fand ihn auch bissig. Mir hätte er ein bisschen bissiger sein können. Aber die Überzeichnung ging mir dann auch manchmal wirklich, wo ich gedacht habe, jetzt ist es mir persönlich auch ein bisschen zu viel. Und es nimmt auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit von den Charakteren. Das ist dann, dachte ich, naja. Leider vom Humor mal abgesehen, fand ich, dass sie den Konflikt an sich sehr vereinfacht dargestellt haben. Und mir hat so ein bisschen in dem Fall wirklich so ein bisschen eine Aufarbeitung gefehlt, was wahrscheinlich auch ein Ziel und Zweck des Films ist. Er soll ja unterhalten und wahrscheinlich aufs Thema einfach mal nochmal ein bisschen aufmerksam machen. Aber das fand ich so ein bisschen schade. Ja, er ist teilweise ein bisschen sehr an der Oberfläche geblieben. Ja. Wie war es mit der Laufzeit? War das zu lang oder war es passend? Ja, aber ich fand, im Großen und Ganzen, fand ich, wurde die Handlung schon immer ganz gut fortgeführt. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht noch kurz zum Titel Curveball ist nämlich der Deckname von Rafid Alwan, dem Asylbewerber, der die ganzen Lügen erst verbreitet hat. Richtig. Und den haben sie ja im Jahre 2011 gestand ja gegenüber dem Guardian ein, dass er da gelogen hat, um ein Werkzeug zu finden, um dieses Regime zu stürzen. Und da natürlich, das wird ja im Film auch schon öfters erwähnt, er mehrfach als Burn Notice bezeichnet wird, was eine unzuverlässige Quelle betitelt. Und das fand ich schon derb, dass der Typ absolut als unglaubwürdig dargestellt wird und die trotzdem seine Information verwerten und sagen, nee, das stimmt. Ja, und jetzt marschieren wir ein. Ja, aber das ist ja eben genau der Skandal, den der Film versucht so ein bisschen aufzuarbeiten. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen das Problem vom BND am Anfang, dass die, was ja auch im Film teilweise rauskommt, dass die einfach mal die Ersten sein wollten und von der CIA wichtige Informationen haben. Hauptsache mitmischen. Ja. Wir sind nicht nutzlos. Ganz genau. Gut. Soll man zum Fazit kommen? Ich bin bei dreieinhalb, weil er mir dann doch ganz gut gefallen hat. Ich fand, dass er die Geschichte ganz gut für ein breites Publikum aufgearbeitet hat. Und der Humor hat teilweise auch ganz gut funktioniert, was man nicht so unbedingt gewohnt ist für so einen deutschen Film. Deswegen würde ich schon eine Empfehlung abgeben. Okay, dann nehme ich 2,5 von 5. Burn Notice. Weil, ja, mir ist es in diesem Fall tatsächlich ein bisschen zu wenig. Wahrscheinlich habe ich was anderes erwartet, wobei der Trailer ja auch witzig ist. Aber die Darsteller gut, keine Frage. Setting auch, alles super. Aber, ja, es, mir hat einfach noch so ein bisschen diese, ja, der bissige Humor hätte noch einen Ticken weitergehen können. Was ich den Leuten noch empfehlen kann, falls sie sich für dieses Thema interessieren, es gibt eine gute Doku, die heißt auch Curveball, Krieg der Lügen ist vom SWR und gibt es, glaube ich, sogar momentan auf Prime. Wenn man sich da mit dem Thema noch ein bisschen weiter befassen will, die ist wirklich empfehlenswert. Ansonsten würde ich sagen, dann war es das von uns. Ja. Und bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao, ciao. Nachdem wir ja vor kurzem über Pacific Rim und Pacific Rim Uprising gesprochen haben, sprechen wir jetzt über die angekündigte Anime-Serie, die jetzt bei Netflix gestartet ist, Pacific Rim The Black. Und wieder dabei ist der liebe Patrick. Ich grüße dich. Ich suche immer noch meine verdammten Schuhe. So, und meine Wenigkeit, der gute Candy P. Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Der gute Werner und der gute Dom, die haben einfach keine Lust mehr. Und die haben alles richtig gemacht, aber so viel möchte ich nicht vorwegnehmen. Wir reden jetzt einfach mal los. Und du darfst gerne mal zusammenfassen, worum es denn in der Anime-Serie eigentlich geht. Genau. Pacific The Black ist eine amerikanisch-japanisch-produzierte Anime-Serie. Es geht darum, dass die Kaijus Australien erobert haben. Und die restliche Welt davon geht aus, dass das jetzt ein Großteil der Bevölkerung nicht überlebt hat. Und zwei Geschwister namens Taylor und Hayley, die suchen jetzt ihre verschollenen Eltern bei diesem Massaker. Und dabei stoßen sie auf ein mysteriöses Kind und müssen sich in dieser jetzt von Kaijus überrannten Welt erst mal zurechtfinden. Ich nehme mal ganz kurz vorweg, was in der ersten Folge passiert. Also die beiden Kinder, die du gerade angesprochen hast, sind Kinder von zwei Jägerpiloten. Das heißt, Mama und Papa sind selber Jägerpiloten. Und ganz am Anfang beschützen die ihre Kinder vor einem Kaiju-Angriff. Dann gehen die irgendwo aus einer Stadt raus, raus irgendwo ins australische Outback und finden da irgendwie eine Oase, wo angeblich mal eine Militärbasis sein soll. Und setzen die Kinder ab. Und noch ein paar andere Menschen, die da in so einem Bus mit drin saßen. Und die müssen aber wieder los in den Einsatz, müssen die Welt retten und gehen los. und kommen scheinbar nie wieder. Und das Ganze spielt dann fünf Jahre später. Die bleiben einfach dort. Und wenn ihr euch das fragt, wie überleben die das? Ganz einfach, im Outback gibt es in Verstecken der Felsen eine richtig schöne Oase, wo alles wächst, wo alles schön ist, wo das Wetter super ist, wo keine Kaijus hinkommen. Fünf Jahre lang nicht. Und da überleben die. Und da so ein bisschen postapokalyptisch, die haben sich so ein paar Blechhütten gebaut und so überleben das Ganze. Bis dann die Handlung einsetzt und dann auf einmal alles von Kaijus überrannt ist. Genau, genau. Dann sind sie einmal laut und schreien einmal ganz laut, machen laute Geräusche und plötzlich kommt ein Kaiju an. Nach fünf Jahren. Da plötzlich, plötzlich. Ja, ja. Oh, okay. Ihr merkt es vielleicht schon, mir hat sie wirklich überhaupt nicht gefallen. Ich kann wirklich nicht viel Gutes über die Serie lassen. Ich möchte gerne am Anfang mal über den Animationsstil reden. Wir haben ja gedacht, das ist eine Anime-Serie, das heißt, es ist gezeichnet oder halt vermischt mit 3D-Animationen, die ein bisschen gescheitert ist, wie ich finde. Man kennt das aus vielen anderen Animes. Du hast was gezeichnet und dann hast du vielleicht so was wie Fahrzeuge oder vielleicht mal ein paar Kamerafahrten, wo was so mit 3D-Animiert mit eingebaut ist, dass es gut aussieht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle menschlichen Charaktere 3D-Animiert sind, aber nur mit vier Frames pro Sekunde laufen. Also die bewegen sich irgendwie alle wie ein bisschen in Slowmotion, alles so total abgehackt und so langsam. So total merkwürdig. Das fühlt sich total falsch an, aber alles andere läuft in 30 FPS oder mehr. Das heißt, wenn du Kamerafahrten hast, Fahrzeuge, die sich bewegen, das ist alles flüssig. Nur Menschen, die bewegen sich so ganz merkwürdig wie so ein Slowmotion und so ganz, ganz, ganz merkwürdig. Wie hast du das empfunden? Ich war nicht ganz so, ich sag mal, angewidert. Ich mochte die Optik sogar ein Stück weit, weil das jetzt mal hier nicht ein einheitlicher Anime-Look war. Man hat versucht, sich diesen Color-Grading von Pacific Rim anzupassen und auch die optischen Schauwerte so ein bisschen an die Filme anzulehnen. Das ist mal mehr, mal weniger gut gelungen. Am besten ist es natürlich gelungen, äh, am bestensten, verdammt, wenn die Jäger gegen die Kaijus kämpfen. Da galt man dann echt nicht mit Schauwerten. Bei allen Menschen wird das in der Animation dann doch ein bisschen hakelig. Hast du noch andere Kritikpunkte? Was hat dir gefallen in der Serie, was hat dir nicht gefallen? Mir hat's gefallen, dass das so eine eigene Optik war, die tatsächlich auf den ersten Blick in dieses Pacific Rim-Universum passt. Also das fand ich vollkommen in Ordnung. Da hab ich nix zu beanstanden. Also ich fand die Animation nicht komplett misslungen. Ich sag nur, die hätten bei der menschlichen Animation vielleicht ein bisschen Fine-Tuning gebraucht, weil da die Bewegungen teilweise ein bisschen puppenhaft wirken. Ja, richtig. Also es sind wirklich bloß die Menschen, die Kampfszenen, die Umwelt, die Städte und alles, das sieht wirklich gut aus. Also ich würde sagen, großartig aber gut aus. Die Jäger, die Monster, all das, was die Filme auch an Schauwerten geboten haben, das haben sie auch hier gut umgesetzt. Nur, wie gesagt, die menschlichen Charaktere, wie die sich bewegen. Wenn es gerade nicht um den Kampf geht, dann ist es irgendwie merkwürdig. Ich erinnere nur an eine Szene, wo die Charaktere anfangen zu tanzen, wo das so ganz seltsam wirkt, als wäre der der Marionettenspieler und hätte gerade einen Krampf in den Fingern. Das war cringe, ey. Das hat mich an diese eine Tanzszene von diesem einen Van Damme-Film erinnert. Kennt ihr die? Ja. Wo da dann bei den Frauen tanzt und dann ins Spagat runter geht. Genauso cringig ist das irgendwie. Das tut mir leid. Ja, also ich kann wirklich nicht viel, also mir hat der Animationsstil nicht gefallen, also von den Personen, zumal es ja viel um zwischenmenschliche Interaktionen geht. Also das Ding ist, du hast Action und dann hast du wieder einen Cut dazwischen mit irgendwelchen übertriebenen Emotionen, Zwischencharakteren. Also wenn ihr Freunde von The Walking Dead seid, für diesen Wechsel, dieses Action, zwischenmenschliche Emotionen, Action, zwischenmenschliche Emotionen, aber übertrieben. Es geht immer nur um richtige Emotionen, so eine Leidenschaft. Es wird geweint, es wird geschrien, man hat Angst. Das passiert alles innerhalb von einer Minute. Ja, so übelst die Cuts. Das ist überhaupt, so du hast einen Mensch, der total fertig ist, total traurig ist und im nächsten Moment zieht er sich zusammen, ist total empathisch und sagt, das schaffen wir jetzt. So und tut mir leid, das ist nicht authentisch. Das ist nicht authentisch, überhaupt nicht. Es wird von einem Extrem ins andere gesprungen. Da sind wir auch beim Knackpunkt. Wie findest du denn die Rolle des kleinen, mysteriösen Jungen? Die mussten halt irgendwas reinpacken, was irgendwie merkwürdig ist, was unbeantwortet bleibt. Dann rede ich mal über übermenschliche Kräfte. Das kann ich überhaupt mit dem Tod nicht ab, wenn du das noch so reinbaust, weil du hast Menschen, die übelst krasse Technologie haben. Du hast Aliens und dann packst du noch irgendwas dazwischen, was irgendwie übermenschlich wirkt. Das ist, brauche ich nicht, tut mir leid. Das ist so ein 0815 Ding, wo du merkst, okay, die schlachten jetzt irgendein Universum aus und dann packen die noch sowas rein. Habe ich schon zu oft, zu vielen genug gesehen, brauche ich nicht. Und das Schlimme ist dann, wie nennen die den Jungen? Boy. Die haben ihn Boy genannt. Wie man halt Sklave nennt, ganz normal, so Boy, kommt Sklave hier. Also ganz ehrlich, hättest du mal nicht einen besseren Namen aussuchen können für einen kleinen Jungen, außer Boy? Ernsthaft, Leute? Wirklich? Ich fand ja die Ausgangslage, die war ja eigentlich schön. Am Anfang hatte ich da Hoffnung, dass man an diesen interessanten Prolog von Pacific Rim anknüpft. Das ist ja noch nicht alles von Kaijus überrannt. Und man hätte da wirklich diese interessante Story erzählen können, wie die Kaijus quasi aus diesen Riss kommen und die Menschen überrennen und wie die dann notgedrungen die Jäger erstellen müssen. Das hätte man hier in diese vier Stunden Laufzeit gut packen können. Das hätte auch gut gewirkt und wäre eine interessante Erweiterung gewesen für dieses Pacific Rim-Universum. Und du hast noch einen guten Knackpunkt, dass diese Kinder, die die Eltern verloren haben, jeder Elternteil wäre da schon emotional ergriffen. Auch hier macht man nicht viel, außer so einen Neon-Genesis-Evangelion-Klon. Und gerade durch die Anime-Optik entlarvt sich das extrem schnell als Neon-Genesis-Evangelion-Klon. Nur eben nicht ganz so clever. Auch die Kaijus geraten irgendwann im Hintergrund. Irgendwann kommt wieder diese obligatorische Message. Ja, das Militär ist ja mindestens genauso schlimm wie die Naturkatastrophen um uns rum. Best hier Mensch wird hier auch wieder schön in den Vordergrund gerutscht. Sobald die Menschen im Bild sind, hast du nicht mehr das Gefühl, dass es hier Pacific Rim ist. Also sobald die Menschen oder die Jäger nicht im Bild sind, ist das halt ein austauschbarer Anime. Ja, absolut. Also wirklich, wer das geschrieben hat, das ist wirklich so 0815, alles, was da passiert, das kennt man schon. Das ist einfach nur, das sind so typische 0815-Elemente aus Serien, sei das handlungsbasiert, sei das actionbasiert, die man nimmt, dann untermalt man das extrem übertrieben dramatisch mit einer Musik aus von einem Orchester, die überhaupt nicht passt. Du hast eine Situation, wo die einfach sich losbewegen. Die haben jetzt einen Plan, okay, wir gehen jetzt dorthin, und da läuft eine dramatische Musik, als ob gerade ein epischer Endboss-Fight läuft. Und dann denkst du, warum jetzt die dramatische Musik? Nee, diese dramatische Musik von Brandon Campbell erinnert halt wie die Optik der Serie eher an so ein Game, wo du während der epischen Schlachten dann halt epische Musik brauchst. Aber das ist permanent, damit untermalen. Ja, permanent. Überhaupt nicht passend. Das ist kein Vergleich zu Ramin Javadis genialer Musikuntermalung aus dem ersten Teil. Ja, merkwürdig. Absolut merkwürdig. Was hatte ich noch auf dem Punkt stehen? Wir hatten noch eine Situation, aber ich fällt es gerade nicht ein. Ach, genau. Es geht sehr viel um das Driften. Also dieser, dieser, wir haben schon gelernt aus den Filmen, dass du mindestens zwei Piloten brauchst, um so einen Jäger zu steuern. Da brauchst du einen Drift, wo quasi zwei menschliche Gehirne sich mit so einer Technologie quasi verbinden, dass beide Gehirne verbunden sind und mit der Maschine auch, um gemeinsam dieses Gerät zu steuern. Und wir wissen, nicht jeder Mensch ist mit jedem Drift kompatibel. So, wir haben die beiden Kinder, die Kinder von Drift-Piloten sind, die schon ein bisschen Erfahrung haben, woher weiß man nicht so richtig. Der eine war irgendwie schon Kadett, die andere sollte Jägerpilotin werden. Aber beides sind richtig gute Piloten und können ohne Probleme miteinander driften. Das ist überhaupt kein Problem. Da kommen noch ein paar andere Charaktere, die versuchen zu driften. Das war eigentlich ganz lustig, die es nicht so richtig hinbekommen haben. Also an der Einfolge wird nur gedriftet, Leute. Es wird einfach Drift, 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 Alter. Raus, auf das die Gehirne schmelzen, Alter. Los geht's. Geil. Der Logik der Filme wird dir dann auch, ohne zu spoilern, gerade in Hinsicht von dem Driften dann auch irgendwie widersprochen. Ja. Weil es ja heißt, es können nur zwei Personen zusammen driften und jetzt auf einmal ist es dann kein Problem. Auch, ja, hier, dann mach ich das grad mal alleine, wenn du grad nicht kannst. Nein. Wir wissen ja aus Pacific Rim, aus dem ersten Teil, dass der Raleigh mit seinem Bruder Jancy zusammen in diesem Einjäger saß. Er ist während des Einsatzes gestorben, weil der Kaiju in diesen Kopf da reingeschlagen hat. Und er hat die Maschine noch alleine zurückbewegt. Und er findet im Laufe des Films raus, dass er und der Marshall Pentecost die einzigen sind, die es jemals geschafft haben, einen Jäger mit einer Person zu steuern. Und das wird auch erwähnt. Das ist auch so ein Ding. Und die sitzen in einem Jäger, der schon über fünf Jahre alt ist. Das heißt, es gibt Aufzeichnungen davon. Also das spielt quasi mindestens fünf Jahre nach den Handlungen des allerersten Teils. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Zeitspann sich das bewegt. Ich vermute mal, es passiert alles noch vor Pacific Rim Uprising, aber nach Pacific Rim 1. Irgendwo dazwischen muss das stattfinden. Und es wird quasi, wo es darum geht, kann man auch alleine driften? Die Frage wird gestellt. Und da gibt es einen Computer, der die Aufzeichnung sagt, das geht. Das haben bisher die und die Person geschafft. Und da wird die Anspielung auf die Charaktere aus dem originalen Film angesprochen. Das ist auch die einzige Anspielung an original Pacific Rim. Und diese KI ist auch erstaunlich sarkastisch. So haben wir die in den Filmen auch nicht erlebt. Das war eher schon so ein Jarvis 2.0. Ja, eigener Charakter. Okay, ich würde sagen, wir haben ziemlich viel zusammengefasst. Hast du noch mal, was du unbedingt loswerden möchtest? Oder wollen wir zur Bewertung kommen? Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Und ja. Hau mal raus. Wie viele Kaijus möchtest du geben von 0 bis 5? Also, ich mochte die Optik. Teilweise bis auf das mit den Menschen. Da war es ein bisschen strange. Das hat sich auch gut wegsnacken lassen. Aber ich habe diese Serie tatsächlich vor zwei Tagen gesehen. Und es ist bei weitem nicht so viel hängen geblieben wie beim ersten Pacific Rim. Also, so gut sich das wegsnacken lässt, so schnell ist es auch wieder vergessen. Und ja, ich bin verwundert, dass diese Serie gerade auf Platz 5 der Netflix-Charts ist. Wahrscheinlich sehen sich alle nach einer Fortsetzung von Pacific Rim. Gebt Del Toro wieder das Steuer? Macht da eine Fortsetzung? Oder schaut bei YouTube das Video, wo Del Toro durch Tokio läuft und Spaß daran hat, ein Godzilla-Museum zu besuchen? Also, die Freude von ihm ist ansteckender als die Freude, die du beim Schauen dieser Serie kriegst. Deswegen ist es bei mir wohlgemeinte 2,5 von 5. Kaijus mit einem halben Bonuspunkt, weil sich das eben schnell wegsnacken lassen hat. Alles klar, 2,5. Ich, weitaus schlechter. Also, ich geb ihm 1,5 von 5. 2 hat's irgendwie nicht verdient. Das sind die Charaktere. Also, fast, es gibt keinen Charakter, mit dem ich irgendwie identifizieren kann, die mal irgendwie sympathisch wirkt. Die reagieren alle unlogisch. Die Story-Elemente sind alles Banane, alles schon mal gesehen. Das wird irgendwie alles aus irgendwelchen Filmen und Serien zusammengekratzt. So, wie kann man irgendwie eine Handlung zusammen machen? So, wie so ein Baukasten-Lego-System irgendwie so zack rein und los geht's. Der Animation-Stil, wie gesagt, diese komischen puppenhaften Bewegungen, wie du schon erwähnt hast, das ist merkwürdig, wirkt befremdlich. Ich hab's in zwei Etappen geguckt. Erst die ersten drei Folgen, dann die anderen vier. Die ersten drei waren so okay und dann hab ich mich entschieden, noch die anderen vier mitzugucken für die Besprechung hier. Und dann musste ich mich wirklich durchquälen. Pacific Rim, der Film, großartig, haben wir ja gesagt, Pacific Rim Uprising ist okay, kann man sich noch geben. Aber das hier ist wirklich Banane. Das ist wirklich absolut Banane und Grütze. Das ist schlecht gemacht, schlecht umgesetzt, absolut lieblos und deswegen knallhauter 1,5 von 5. Tut mir leid. Gebt noch mal eine Extra-Empfehlung. Auf Netflix ist auch die Serie zu Neon Genesis Evangelion verfügbar. Also wenn ihr Bock habt auf solche mechanischen Roboter-Kämpfe, dann schaut euch diese Serie an. Die ist nicht umsonst ein Klassiker, auch wenn mir da der Hauptcharakter mit seinem Geweine ziemlich auf die Nerven geht. Aber das ist ein besserer Zeitvertrieb als Pacific Rim The Black. Alles klar. Dann sage ich mal vielen lieben Dank Patrick für deine Zeit, dafür, dass du diese Serie durchgequält hast. Danke fürs Zuhören, liebe Leute. Und wenn ihr euch unterstützen wollt, dann schaut mal in die Links rein. Wir haben einen bei mir Coffee-Link, wo ihr uns unterstützen könnt und noch ein GoFundMe und all so ein Kram, was wir alles haben. Schaut da rein, unterstützt uns bitte, denn wir machen das alles hier in unserer Freizeit und das Ganze hat ein paar Kosten, die gedeckt werden müssen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ich sage Tschüss und haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch und ich bin's mal wieder, euer Sam. Heute besprechen wir einen Film, den ich persönlich nicht gesehen habe, dafür unser Till, deswegen begrüße ich diesen hier. Moin. Hi. Genau, und zwar sprechen wir über den Film Jesus shows you the way to the highway. So, ich habe von dem Film überhaupt keine Ahnung, ich habe nur den Trailer gesehen und mein Gott, ist der confused. Aber bevor wir mal auf den Film direkt eingehen, würde ich dich fragen, ob du den so ein bisschen zusammenfassen kannst, um was es geht, wann er erscheint oder ob er schon erschienen ist und so die ganzen Side-Facts so ein bisschen. Schieß mal los. Ja, ich gebe mir Mühe. Also, es geht im Endeffekt darum, wir haben das Jahr 2035 und es geht um den CIA-Agenten D.T. Gargano, der träumt davon, seinen Beruf eigentlich an den Nagel zu hängen und mit seiner Frau neu durchzustarten. Aber bevor es dazu kommt, ist natürlich noch ein letzter Auftrag. Also das ist der Klassiker, es ist ein letzter Auftrag, der zu erfüllen ist und er hat einen Partner, einen CIA-Partner und die begeben sich in eine Virtual Reality, genannt erstmal Psycho-Book, also nicht Facebook, sondern Psycho-Book. Vielleicht besteht da irgendwie ein Zusammenhang. Man kriegt es nicht so richtig erklärt. Ja, und dann geht es im Endeffekt los. Wobei es gibt noch einen kleinen Einstieg. Man sieht die beiden so eine erste kleine Mission machen und lernt so ein bisschen, ach Gott, es hört sich an, als wäre das ein ernster Film. Also da muss ich gleich mal ein Cut machen. Es ist, es passiert das, was ich gesagt habe, die begeben sich auf eine Mission und das Ganze passiert halt über Virtual Reality mit klassischen Brillen, aber relativ fett. Das Ganze, ach, es hat so ein bisschen, ja, ein bisschen was Cyberpunkiges, aber wie gesagt, Disclaimer vorweg, der hat 400.000 Euro gekostet. Hatte ich gerade extra nochmal nachgeguckt. Es ist ein Low-Budget-Film und inszeniert wurde der ganze Film von das vorweg Miguel Lanzo kennt man, eigentlich kennt man den nicht. Es ist, glaube ich, sein zweiter Langfilm. Der Film davor war Crumps und, ach, ich glaube nicht, dass den irgendjemand kennt. Also, keine Ahnung, selbst den hier, Jesus Shows You The Way gesehen wurde, der bei Letterboxd von anderthalb tausend Leuten. Das ist nicht viel. Letterboxd ist so groß mittlerweile, deswegen, ja, und die Schauspieler selber kenne ich auch nicht. Wir haben einmal den Agenten wieder, DT Gargano, das ist Daniel Tadessi, Daniel Tadessi, das ist, es ist eher Ostblock, Osteuropa von den Schauspielern und Filmschaffenden. Dann hat man Guillermo Lanzo, Augustin, Matteo, man kennt niemanden. Also, einen davon habe ich schon mal gesehen, aber das ist auch eher so ein B-Movie-Gesicht, sage ich jetzt mal. Und es handelt sich, und der ganze Film ist übrigens seit Freitag, 5. März, gibt es den in Deutschland zu bestellen, das ist das vorweg. Und, ja, das ist sehr low budget, es ist kein Edeltrash, was ja jetzt komplett seit mehreren oder langen Jahren schon in Mode ist, dass man sagt, okay, wir haben hier Sharknado, das Ding kostet, kostet mehr Geld als ein eigentlicher Trash-Film. Das Ganze soll einigermaßen aussehen. Nein, hier hat jemand einfach versucht, aus den 400.000 Euro, was nicht viel Geld ist für einen Film, wirklich was zu schaffen, wenn auch völlig surreal, völlig verwirrend. Natürlich, Schauspieler ist bei weitem nicht das, was man kennt, selbst für Trash-Filme, aber das soll einen erstmal nicht weiter stören. Ja, und bevor ich weitermache, übergebe ich dir nochmal das Zepter. Gut, ich habe ja nur den Trailer gesehen und ich kenne das DVD-Cover und den Titel und ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Sollen wir erstmal mit dem Trailer anfangen, dass ich dich da ein bisschen ausfrage über den Trailer? Ja, mach es mal genau, dann kannst du gut machen. Also im Trailer sieht man ja hier diesen farbigen, ich denke mal, das ist der Hauptdarsteller, der ist so ein bisschen Quasimodo, also ist keine Beleidigung, aber er hat halt diese, ich sag mal, Es nennt sich Spina Bifida, wenn man mit dem offenen Rücken zur Welt kommt. Ich glaube, das hat der, ja. Okay. Dadurch auch klein gewachsen, genau, ja. Man sieht hier, wie er zu einer, also deutlich größeren Frau Schätzchen sagt oder Vögelchen, das ist dann seine Frau, okay. Ja, die betreibt ein Kickbox-Studio, nee, die möchte ein eigenes Kickbox-Studio aufmachen, deswegen will er seinen CIA-Job an den Nagel bringen. Genau, das ist die nächste Szene, da sieht man sie boxen tatsächlich, ja. Und später, ja, man sieht sie noch unter der Dusche, ja, also es sieht auch nicht gerade teuer aus, es sieht alles schon sehr low-budget aus, aber welche Szene ich als nächstes ansprechen wollte, was mir aufgefallen ist, als sie diese VR-Brillen oder was das ist, aufsetzen, generieren sie sich in so einer Welt und da bewegt sich alles in so, ach, ich würde schon fast sagen, Stop-Motion, kann das sein? Ja, oder wirkt das nur im Trailer so? Nee, nee, das ist genau das, du hast, es ist, genau, es ist so eine coole Mischung aus allem, man sieht ganz klar, was da die Vorbilder sind, das ist einerseits, das ist einmal, dass man so ein bisschen Social-Media-mäßig Facebook hat, man hat das ja 2035, das ist alles ein bisschen cyberpunkig, Blade Runner, gerade wenn die Kamera einmal so über die Stadt fährt, natürlich nicht oft, weil die Effekte kosten zu viel Geld, ja und dann ist es quasi wie so eine Art Matrix-Welt, das läuft übers Telefon, du hast deinen Menschen in der echten Welt, der da sitzt und mit dir kommuniziert, du kommst, soweit ich weiß, auch übers Telefon rein und raus, Matrix natürlich wieder, es ist dann, wenn du in dem Psycho-Book bist, dann ist es eine Mischung aus South Park und Stop-Motion, weil du hast einerseits die Bewegungen, die bewusst Stop-Motion sind und die haben, die tragen abkommen, schwarze Sturmhauben und da drüber ein ausgedrucktes Pappgesicht, also wie eine Maske, aber die Maske bewegt den Mund, wenn du sprichst, also wie die Kanadier bei South Park, so ein bisschen, also das ist völlig verrückt und dann hast du auch eine Art Agenten, wie bei Matrix, das ist dann der Böse, der wird über einen super Satelliten aber dann abgeschossen natürlich, ist ja klar und ja, die klare Anspielung auf Facebook, hatte ich ja schon gesagt und es geht ganz viel um Daten sammeln, ja, es ist einfach nicht genug Zeit und Geld da, um diese Welt auszubauen und das würde den Film, der geht 70, 70 Minuten, das würde den Film auch 83 Minuten, Entschuldigung, halt ad absurdum führen, weil es eh schon so verrückt ist, das hält kein Mensch aus, ja, und wir sprechen gerade nur über den Trailer. Ja, eben, gibt es in dem Film viele Hommagen an andere Filme, weil ich sehe jetzt hier im Trailer zum Beispiel eine Szene, wo unser Hauptdarsteller auf einer Liege oder auf dem Bett sitzt, keine Ahnung, man sieht so einen Holograph, was einen stark an Star Wars und Prinzessin Leia erinnert. Hat der Film solche Hommagen an andere Filme oder ist das jetzt nur zufällig in dem Trailer? Nein, im Endeffekt ist das nicht 100% ein Hommagefilm, aber er nimmt ganz viele Filme, mixt sie zusammen und macht daraus einfach einen kruden Trashfilm. Du hast, oh Gott, was hast du da? Du hast eine ganz klare Matrix, dann hast du, dann hast du halt dieses Virtual Reality gibt es ja eh viel im Moment auch im Film, dann bist du, dann bist du, du hast, der Einstieg ist ein bisschen so, man startet direkt in Missionen wie bei Bond, dann hast du, dann hast du dieses Hologramm, dieses Hologramm ist quasi der, also ein bisschen der Butler der Virtual Reality, der für die CIA-Agenten zuständig ist, der spielt Nachrichten ab, das ist so ein bisschen wie der Alfred bei Batman und ja, es gibt Batman in diesem Film. Da wollte ich nämlich auf nächstes, genau, alleine das Cover, dann bist du, irgendwann bist du bei Power Rangers, dann bist du bei schlechten Asier-Kong-Fu-Filmen, dann bist du bei Indiana Jones wegen der Bundeslade, die extrem wichtig ist, dann, ach Gott, es ist, ja, und so weiter und so fort. Ja, genau, genau, ich kann, ich hatte in die, in unsere, in unsere Gruppe geschrieben, als ich den gesehen habe, wenn jemand in Beta-Ethiopien landet, als Kopie seines Selbst und ein Adam-West-Batman dort Präsident ist, mit verpixeltem Batman-Logo, dann ist das noch nicht das Verrückteste, was man in diesem Film gesehen hat. Okay. Genau, und das ist, ja, ist sehr, sehr krude. Ja, irgendwas noch im Trailer, was dich interessiert. Also, Batman hat mir dann somit eigentlich schon abgehakt, das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen, was macht Batman in dem Film? Und er kokst anscheinend, das ist mein Trailer. Du hast, also, das ist halt sehr, 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 sehr ähnlich zu, zu dem Adam-West-Batman, der Mensch, der darunter steckt, ist wie gesagt der Präsident von Beta-Ethiopien, das ist eine Beta-Version eines Äthiopiens, der Virtual Reality, warum auch immer, und die Beta-Ethiopien ist nicht vernetzt mit Psychobook. Also, in Psychobook selber, da ist ein Virus eingefallen, also Stalin, das ist die Sowjetunion, die dort, das sind dort die Bösen, da hast du auch diesen ganz klassischen, das ganz klassische kalte Kriegsthema, was eh immer gerne genommen wird, auch in Hollywood, und jetzt Stalin ist der, ist der Virus, kann aber nicht auf Beta-Ethiopien zurückgreifen. Okay. Ist ja natürlich völlig klar. Und dann hast du den Präsidenten, der diesen, der Batman darstellt, und dann möchte dieser Stalin-Virus einerseits eine eklige grüne Masse, was man im Psychobook sammeln kann, und verkaufen kann, andererseits möchte Stalin, um Zugriff auf alles zu haben, auch natürlich die Bundeslade haben. Die gibt es in Beta-Ethiopien, bewacht von... Indiana Jones. Nein, warte mal. Ach Gott. Ach ja, genau. Bewacht von einem Mönch, der Mönch verfügt über die Stärke 7. Punkt. Das war's. Also man, das heißt, oh mein Gott, da ist der Mönch, der bewacht die Bundeslade, der Mönch hat die Stärke 7, also wie in einem, ja, also wenn man das jetzt so hört, hört sich das schon alles sehr confused an, und wenn man dann den Trailer dazu noch sieht, ist es sehr confused. Also ich bin jetzt zum Beispiel an dem Punkt, da sieht man diese fliegenähnlichen Wesen, die mich sehr stark an, wie du schon gesagt hast, Power Rangers erinnern, an diese Gegner, und mit sehr schlechten Special Effects, also mit diesen Schüssen. Wie sind denn allgemein die Special Effects in dem Film? Ich sehe jetzt diese Schüsse, die hier durch die Luft fliegen, dann irgendwie ein Portal, wo der durchläuft. Ja genau, also die Special Effects sind, wenn du, wenn du dieser eine, dieser eine Shot draußen in die Stadt, da hast du, wie bei Blade Runner, so eine große, eine große Animation, da bist du im Endeffekt, siehst du den Stalin-Virus, wie er über der Stadt schwebt, als Projektion, das ist, das ist okay, so, das ist aber alles andere, und auch dieses kleine, dieses kleine Hologramm von diesem Alfred-mäßigen Butler-Übertragungsmenschen, ist auch okay, auch diese Laserschüsse und das Portal, das ist alles schon nicht gut, es ist einfach so, es ist einfach, sieht einfach nicht gut aus, aber er versucht auch nicht, also es fügt sich alles gut, das muss man tatsächlich dem Film lassen, er versucht nicht irgendwie High-End-Schauspiel, er versucht nicht High-End-Kostüme, sondern es ist alles, alles was man sieht, ist ähnlich schlecht, das klingt jetzt natürlich wieder negativer, als es gemeint ist, aber es passt alles ganz gut zusammen, von der Qualität her. Also der Film nimmt sich selber nicht wirklich ernst, meinst du jetzt damit? Auf gar keinen Fall. Er spielt schon damit, dass er weiß, dass er B-Woofy ist. Ja, komplett, ja, komplett. Das ist, genau, genau. Also wir werden, eventuell sind wir auch noch ein bisschen bei Turtles, weil der CIA-Agent ist Pizza-fanatisch. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir die Special Effects angesprochen, wie sind denn die, die praktischen, also die realistischen Effekte, und die sind, weil ich sehe hier auch einen Kampf, hast du ja auch erwähnt, dass so ein bisschen Martial Arts mit drin ist. Wie sind denn die inszeniert, diese praktischen Effekte? Das ist eigentlich ganz okay, tatsächlich. So, und ja, und die Kämpfe, du hast den Kampf gegen den Mönch, den ich ja schon erwähnt habe, und der Kampf gegen drei andere Kung-Fu-Meister, die geschickt werden, um die Bundeslade zu stehlen und diesen Mönch zu besiegen. Die drei Kung-Fu-Meister heißen Spaghetti, Ravioli und Balthasar. Okay. Die erste Niederlage, die die einfahren, macht nichts, denn die kriegen sie einen Upgrade und sind dann Stärke 8 und dann kämpfen sie weiter. Und wenn gekämpft wird, dann hast du auch dieses typische Tekken-mäßige oder generell Kampfspiel-mäßige dieses Fight. Und dann diese, und you lose, auch in dieser tiefen Stimme. Echt? Ja, ja, klar. Und dann, während gekämpft wird, kommt auch so eine 8-Bit, 16-Bit-Mucke. Ich weiß nicht, was von beidem, aber so eine typische Retro-Gaming-Mucke. Die Kämpfe in der, in den Psycho-Book, die so Stop-Motion-mäßig sind, das ist richtig geil und das macht richtig, richtig Bock und das sieht überraschend gut aus. Das ist echt eine richtig, richtig coole Idee und alles andere ist halt wieder so ein bisschen, ich würde schon sagen, Hommage auch an die, an die Asia-Kong-Fu-Filme der 70er, 80er, ganz klar. Ja, natürlich schlechter von den Choreos, aber sieht irgendwie auch ganz cool aus. Ja. Somit komme ich dann zu der Hauptfrage, was ich mir jetzt schon hier groß notiert habe. Was bedeutet dann der Titel Jesus Shows You The Way To The Highway? Kommt Jesus dran vor? Kommt ein Highway vor? Das ist das Einzige, was ich nicht verraten möchte. Man sieht ganz viel im Trailer, das taucht auch alles so auf, wie man sieht, es ist verrückt, es ist völlig verrückt, die Idee an sich ist klasse, aber warum der Film so heißt, das wird aufgelöst am Ende, aber das verrate ich nicht, weil es sind nur 80 Minuten, es ist absoluter Low Budget, es wird eh nicht viele ansprechen und wenn es auch nur ein einziger sein wird, der sich das hier anhört und sich dadurch die Blu-Ray holt, ist ja schon was gewonnen und die Crowdfunding-Liste am Ende in den Credit Scenes ist richtig lang, das ist halt auch cool zu sehen und wie gesagt, warum der Film so heißt, das ist das Einzige, was ich mich von Anfang an gefragt habe, was aber auf jeden Fall auf jeden Fall aufgelöst wird. Okay, gut, dann wollen wir dann nicht weiter darüber sprechen, weil wir wollen ja nicht spoilern. Gut, also ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr, wenn du noch jetzt was loswerden willst zu dem Film, dann tu das jetzt noch, ansonsten würde ich dann direkt auf Fazit und Bewertung übergehen, wenn du möchtest. Ja, an sich, ich könnte jetzt noch weiter verrückte Sachen aufzählen, aber das Einzige, was vielleicht noch ist, ist dieser Agent, um den es hauptsächlich geht, der kommt in dieses Beta-Athiopien und verkörpert dann eine Neo-ähnliche Figur, also es ist sehr viel Matrix tatsächlich, verkörpert dann eine Neo-ähnliche Figur, wird dann noch, ja, ja, nee, das sage ich auch nicht, nee, nee, es ist schon mal, es soll ja noch ein bisschen, alles was ich sage, würde ich mir selber zuhören und den Film nicht kennen, könnte ich mir eh nichts darunter vorstellen, aber es ist, wir kommen ja gleich zum Fazit, es ist was, was man sich angucken kann, wenn man so ein bisschen was dafür übrig hat, wenn man vielleicht ein bisschen Trash mag, wenn man auch denkt, okay, hier, das ist ein Crowdfunding-Film, ich gucke mir das an, vielleicht alleine, um die Filmschaffenden, die dahinter stecken, weil es steckt Leidenschaft drin, das sieht man zu 100 Prozent, zu unterstützen und dann hat man entweder 80 Minuten gute Zeit gehabt oder man schaltet halt tatsächlich nach 10 Minuten ab, beides verständlich, ja, aber ansonsten, nee, mehr nicht, wie gesagt, die chronischen Rückenschmerzen vom Agenten vielleicht noch, aber, nee, ich hätte Bock viel, viel mehr zu sagen noch, dazu müsste es aber jemanden geben, der ihn kennt, dass wir dann einen Spoiler-Part machen, bla bla bla, ist das eh so ein Nischenfilm, so eine Nische gibt es eigentlich gar nicht, sowieso klein ist die, deswegen machen wir Feierabend, würde ich sagen, oder geht zum Fazit. Okay, dann darfst du noch, möchtest, also, das war doch gerade das Fazit, oder? Ja, ich würde noch einen Punkt hinten ranhängen, also, ja, genau, dann kommt zu deinem Fazit und dann darfst du fünf Punkte vergeben, ich würde mal sagen, wir vergeben verpixelte Batman-Zeichen, oder? Definitiv, ja, und es sieht ganz, ganz cool verpixelt aus übrigens, das noch nebenbei, ich habe mich schwer getan, tatsächlich, ich habe erst, erst war ich so bei drei von fünf und dann, ich bin tatsächlich aber dann auf dreieinhalb gegangen, weil es hat mir Spaß gemacht, tatsächlich, diese, diese Hommagen, die Liebe an, die Liebe, die da reingesteckt wurde und die Liebe zum Film, man merkt das, man muss natürlich, man muss schlechtes Schauspiel verkraften können, der eine ist besser, der andere ist schlechter und man muss, selbst die O-Ton-Verfechter, müssen, müssen schlechte Synchro abkönnen, weil du hast einmal, hast du die englische Synchro, also, es gibt Englisch oder Deutsch, ich habe es auf Englisch geguckt, weil ich dachte mir, okay, egal, du guckst ihn dir auf Deutsch an, sieht eh nicht so, so gut gemacht an, aber dann hast du die Synchro, wie in manchen polnischen Filmen, ich weiß nicht, ob du polnische Synchros kennst, es wird Englisch gesprochen oder Native Language und dann wird einfach polnisch stupide drüber geredet und so ist es im Deutschen auch, es macht es vielleicht ein bisschen sympathisch, aber andererseits ist es halt unerträglich, es ist unerträglich, ich habe auf Englisch geschaltet, Untertitel gibt es für alle die, die des Englischen nicht mächtig sind und dann ist das okay, ja, okay, ja, gut, dann sind wir, eigentlich durch, ne, dann möchte ich unseren Zuhörern noch kurz verweisen auf unsere Shownotes, da gibt es einen, bei mir Coffee-Link und einen Paypal-Link und Affility-Links, da kann man uns ein bisschen was zukommen lassen, das hilft uns natürlich immer, da wir ein selbstfinanzierender Podcast sind und uns sowas immer hilft, Gott, das ist ja Deutsch heute, ja, halb so gut, und, und in diesem Sinne bedanke ich mich bei den Zuhörern fürs Zuhören und bei dir Till, dass du uns diesen Film vorgestellt hast und dass ich dich interviewen dürfte. Ich danke dir, gerne, es war mir ein Fest, so etwas von mir zu geben. Kein Thema, in diesem Sinne, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Applaus